Hey Leute, willkommen zu den versprochenen Aliens-Multiplayer-Videos. Das wird bestimmt klasse, wir warten schon zwei Minuten darauf, dass das Spiel endlich losgeht. Ich bin auch schon voll begeistert, merkt man's? Wir wollen nämlich... Och nö, jetzt hört sich alle raus. Jetzt kommt einer noch, einer noch. Lasst uns spielen. Leute, ihr merkt, der Andrang ist immens bei dem Spiel. Kaum hat man sich angemeldet, schon geht's los. Sind wir im selben Team? Ja, sehr gut. Guck mal, was die schon für Ränge haben. Der eine hat 60. Ja, wir spielen das allererste Mal und wir spielen in diesem Video den Team-Deathmatch-Modus, den langweiligsten der vier Modi, den es gibt, finde ich fast. Also wir sind jungfräulich, was das Multiplayer-Spielen angeht. Richtig, so. Aliens, ihr habt ein Ziel. Vernichtet die scheiß Kerle. Boah, die Synchro ist deutsch, freaky. Boah, ich hab meine... Multiplayer ist die Synchro-Deutsch? Ja, bei mir schon. Ja, ich hab meins auf Deutsch jetzt umgestellt sogar. Was müssen wir hier tun überhaupt? Töten sie alle Xenus. Ich weiß nur leider nicht. Bei mir rennt einer gegen eine Wand. Interessant. Ja, bei mir auch. Der Nihara sieht. Nihara sieht. Wahrscheinlich sterbe ich sowieso gleich, weil ich bin ganz fürchterlich in jedem Multiplayer-Shooter. Ich hab mal den Scanner an, den Bewegungsmelder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ei, 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 wo sind sie denn? Sind aber auch nur ganz kleine Matches. Also, ähm, dafür, dass die Karte doch so verhältnismäßig groß ist, wie ich das gerade mitkriege. Sind sehr, sehr wenig Spieler hier unterwegs. Vor allem ist es sehr, sehr laggy hier scheinbar. Ja, hab ich auch das Gefühl. Die rennen bei mir alle gegen die Wand. Ich sehe hier gar keinen. Ich bin hier voll am Rumrennen die ganze Zeit. Ich auch. Da rennt einer nur gegen die Wand hier, so ein Alien. Hä, jetzt hat sie mich rausgeschmissen. Aus dem Spiel? Ich bin nur zum Host, der Spiellobby wurde unterbrochen. Wie gut. Oh Mann. Ja, schönes Spiel. Komm, das probieren wir doch direkt nochmal. An deinem Internet kann es nicht liegen, weil ich verstehe dich immer noch sehr, sehr gut. Nee, nee, das muss am Spiel liegen. Ich weiß es nicht. Ja, Leute, ihr seht schon, Technik vom Feinsten. Super. So wahrscheinlich wie anfangs SimCity, so läuft das jetzt hier. Nur, dass es halt immer noch so läuft. Ich glaube, wenn das jetzt die nächsten Minuten so weitergeht, nennen wir das wieder einfach Let's Nicht Play. Ja, Let's Trash. Let's Not Play, äh, jetzt Multiplayer. Ja, SimCity ist auch noch so schlimm. Ja, weiß ich nicht. Ich hab ihn noch gar nicht ausprobiert. Oh, guck mal, vielleicht läuft es jetzt besser. Oh, äh, wir sind Aliens, Vicky. Also ich bin Alien, du bist nicht. Ah, wir spielen dann das Gegenteil, ne? Ja. Okay. Ich hab mein Alien gar nicht konfiguriert. Ich weiß gar nicht, was wir... Einfach draufschlagen, wahrscheinlich. Einfach grad gehen an den Gegner und draufschlagen. Oh, ich seh's sogar. Schnellschlag fehlen, ausweichen mit Kuh... Loch... Locheisen? Was? Ich hab keine Ahnung. Locheisen? Ja, Locheisen. Oder soll ich einen Splitter nehmen? Ich nehm mal einen Splitter. Oh! Oh, ich wurde schon getötet. Von Scant Racks. Oh, die Steuerung ist ja phänomenal. Vor allem, wie es aussieht. Oh, wie er rumstürmt, wenn er stirbt. Also es ist nicht so... Ich wurde grad das erste Mal erfolgreich getötet. Ist schon mal super. Wie gesagt, ich bin halt echt nicht... Ah, ich schaff's. Man muss gedrückt halten zum Spucken. Die Scheiße, ist das denn? Yeah, ich hab einen getötet. Der stand aber auch nur blöd rum. Der war bestimmt AFK. Aber ich hab... Oh, hier, hier, hier. Oh, Mann. Oh, nicht tötest du mich nicht. Hat mich der gleiche wieder getötet. Boah, die Sterbe-Sounds sind unnormal. Die hängen da... Oh, frühfällig. Aber ich... Ohne Scheiße, ich würde echt sagen, die aliens haben einen immensen Vorteil, weil man sie quasi nicht erkennt. Aber die Sicht ist total beschissen. Glaub mir, ich sehe alles nur so gelb und wie durch so einen Schleier. Ja? Nein, 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 nein. Du wolltest mich grad töten, das warst du, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Du bist von mir aus dem Fenster runtergesprungen, kann das sein? Nein, ich bin der Treppe runtergesprungen. Achso, dann warst du das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ganz, ganz schlecht. Es ist so schlecht. Ich muss... Ich muss ganz kurz... Ich musste gerade ganz kurz schlucken, als ich losgespielt habe. Das spielt sich schon genauso wie der... wie der Singleplayer auch, ne? Vom Waffengefühl ist schon dasselbe, oder? Ja, ein bisschen. Also mit dem Alien weiß ich jetzt nicht. Kann ich dir nicht sagen, Freaky. Weil ich bin... Ich bin grad ein bisschen erschrocken darüber, wie schlecht doch das Spielgefühl ist. Weil ich hab... Boah, scheiße, das ist schon mal. Das warst du. Ah, fuck. Das ist sogar... Die Spitter, die sind so super. Wow. Es ist halt einfach ganz... eine ganz ruckeligige, nicht so schöne Steuerung, also... Ah, ich kann mit Control, kann ich mich an der Wand hochklettern, wie das aussieht, ey. Also wirklich. Billiger geht's nicht, aber gut. Ja. Also mir macht's Spaß. Ich weiß nicht, ich hab schon ein paar Kills gesammelt. Hab schon drei. Oh Gott, was ist das denn hier für ein Gang? Oh. Oh. Da, 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 da. Ne, wo ist das? Da, stand! Sarah! Ah! Da, wo standest du? Tiebe, Tiebe, Tiebe. Ne, ne. Ne, ne, ne. Die, ich seh, ich sehe, die Menschen durch die Wand, die haben es total... leicht, die aliens, glaube ich. Was, du siehst, die aliens durch die Wand? Ja, so was ist das? So so einen Orangenen... ...leuchte, so leuchtest du es so orange. Was ist das? das ist es zu tun und es kann ich den Sprung an da hat sich wohl die kleine Waffenmensch Waffenmenschleid oder auch so wieder der Freaky und der Wartel und das ist die Kürze von Mane die Dorschung so kassiert und liebst immer noch weit wird dort Es ist ja nicht so, dass wir dich nicht getroffen haben an unseren Waffen. Nee, ich hab mal ein bisschen was abgekriegt, aber es hält sich in Grenzen eigentlich. Och komm, wer ist denn da schon wieder dahinter mir? Die Aliens sind so overpowered so. Ich wollte meine Aussage vom Anfang nämlich gerade berichtigen, dass die Menschen oder die Marines es ja doch recht einfach haben. Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir sterben zwar schnell, wir kleinen Aliens, aber... Aber wir können mal in den Wänden langlaufen, das ist super. Das ist so super. An die Tatsache, dass ihr uns durch die... Wir haben diesen Old Motion Tracker. Ja, das schon, ne? Och, wird doch mal Zeit, hab mal einen getötet hier. Wir haben zwar diesen Old Motion Tracker, aber ich sag mal, du kannst ja nicht schießen währenddessen, weißt du? Und wenn ihr euch orientieren und rumlaufen könnt, könnt ihr ja trotzdem uns sehen und das ist alles ein bisschen... Oh, da hab ich noch eingesehen, der ist noch lang. Wo ist der denn lang? Ich hab hier noch gesehen. Oh, da schießt du mir einfach weg. Ja, okay. Oh, fuck. Also Spucker sind eindeutig overpowered. Da kannst du mir sagen, was du willst. Die sind viel zu stark. Ich schieß hier zweimal und die Typen sind tot. Wie die schreien. Das ist so ein Fest. Es ist echt übel. Oh, jetzt lag es wieder schön. Zehn Sekunden, Marines, erledigt euer Job. Zehn Sekunden. Na, komm. Oh, freaky. Das warst du schon wieder, sorry. Ah, vorbei. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Aber guck mal, die Pings, wie schlecht die Pings alle miteinander sind. Ja, aber das kann nicht an uns liegen. Also ich hab, meine, meine Leitung ist zu gut für einen 92er Ping. Ja, bei mir auch. Guck mal, ich kann jetzt einen Xeno spielen, okay? Jetzt bin ich Marine, sehr gut. Und jetzt bin ich so ein Narka. Das heißt, okay, ich bin jetzt ein... Boah, krass. Man sieht euch ja voll easy. Ja, sag ich doch. Es ist viel zu einfach. Wow. Ich hab keinen Kopf mehr. Jetzt komm hoch da. Was war das denn? Ich war so schnell tot. Es ist, es... Ja, geht doch. Vor allen Dingen, wie ein Kill einfach auch mal Tötung heißt. Eine Tötung bringt 50 Punkte. Da, fuck. Da war eine Clay, man. Da bin ich kiss. Ey, von hinten, der schlägt mich zweimal. Ich bin tot. Verdammig. Ach, das warst du eben, oder wie? Der da... Nee, weiß ich nicht, nee. Boah, ich kann ja... Ich spiel jetzt mal so einen Spucker. Spucker ist, äh, angenehm, glaube ich. Ja, Spucker geht, geht. Also, da machst du nicht viel. Ah, ich seh da oben. Wenn man hier ein Sentry aufstellen könnte, wär super, ne? Vielleicht kann man das freispielen? Wie kann ich Wettbeuch... Das kann ich... Wie kann ich Wettbeuch klettern? Wie ging das? Äh, mit Steuerung, also Control, kannst du. Oh, Gott, das sieht ja echt nicht... Ja, das sieht richtig scheiße aus. Richtig. Böschissen. Hä, wo ist der Typ? Ach, da. Ich hör immer nur... Spuck, gespuckt, gespuckt. Okay. Lache. Ah, wie komm ich denn da hin? Die Wettbeuch ist so verwinkelt hier. Oh, Mann. Okay, der weiß schon. Also, ich bin auch als... Ich glaube, ich bin auch als C noch nicht so gut. Das ist der dritte für einer? Weiß natürlich nicht neben Spucker. Ich glaube, die Spucker sind mir am liebsten. Da kann man noch so ein bisschen... Da kannst du... Du musst gedrückt halten übrigens für die Spucker, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Das hab ich erst ein bisschen gebraucht, wenn ich das rausfand. Oh, ich hör irgendwas. Ist das der Waffe? Ein RPG? Ja, das wird richtig ordentlich reinhauen. RPGs gibt's ja. Haben wir schon Singleplayer gehabt. Aber die kannst du ja einfach so aufsammeln. Das find ich cool. Wir haben einen verwunderten! So, komm, ich seh dich doch. Na, jetzt sterbt halt. Sag mal, tötet Säure nicht? Ja, man kriegt Schaden. Also du hast wie im Singleplayer so... Diese drei Rüstungen, die schmilzen halt langsam. Ja. Also du kriegst dann so richtig so... Machst du halt Schaden. Aber es dauert voll lange. Also man muss schon mit Nahkampf ein bisschen auch ran. Also Säure... Jemanden nur mit Säure zu töten, ist schon relativ schwierig, finde ich. Ja. Ja gut, aber Spitter zwei, dreimal schießen und der ist tot, ne? Das geht eigentlich wunderbar, finde ich. Also jetzt den Spitter zu töten, oder was? Weißt du? Keine Ahnung. Ist nicht so schwer, oder was? Äh, ne, ne, als Spitter zu töten. Also ich hab's ziemlich einfach gefunden, muss ich sagen. Also ne, ich stelle mich da gerade nicht so gut an. Ich spiele ja gar nicht in Spitter. Ja. Das ist doch der, mit der die Säure so langsam schießt, da, ne? Ja. Au. Ich glaube, das bist du gerade, der auf mich schießt. Oh, ich sterbe. Ah, das ist nicht so. Ne, hast mich nicht getötet. Ne, ne, ich find dich auch gerade nicht so. Ich hab eben, weil ich irgendwo dich angeschmuckt und dann dachte ich, bist du, aber das warst du wohl nicht. Ne, hier laufen wahrscheinlich mehrere Ritter rum. Also ich stelle mich als Alien echt nicht so gut an. Boah. Oh, sorry. Warum muss ich immer dich töten? Das ist eigentlich voll gemein. Ich probiere jetzt mal den anderen. Also. Da kommt ihr Penner. Ich geh jetzt noch mal. Also die Splitter sind mir nix. Ich glaub, die anderen zum draufhauen, da hab ich mehr was von. Vielleicht stecken die auch ein bisschen mehr an, äh, ein. Boah, sag mal. Doppeltöten. Das darf doch nicht. Badass. Drei Töten. Ich baller drei, vier Mal auf deinen ollen Alien, weißt du, mit so einer Schrot drauf. Nichts passiert. Ja. Aber hier. Au. Ich sterb an der Säure, das gibt's nicht. Ey, man wirkt, also man kriegt richtig langer Schaden. Sag mal, was hat der denn, was hat der denn, was hat der denn bitte gemacht, dass ich jetzt gestorben bin? Da ist einfach irgendwas, da war nichts, es ist einfach Luft explodiert. Ich hab keine Ahnung. Aber manchmal ist es sehr komisch. Also die Säure, die tickt ziemlich lange und macht sehr lange Schaden. Panischer. Panisch dick. Oh, sag mal. Das ist doch einfach nicht wahr. Das ist echt. Ja, es ist. Es ist eine Dreingabe. Irgendwie nicht mehr. Ja, es ist halt nicht wirklich. Man kann es nicht wirklich ernst nehmen, finde ich, diesen Multiplayer. Jetzt oder nie. Da oben waren sie noch gerade noch. Ach, hätte ich dann wieder anders geholt. Interessant. Das war's. Ich bin wahrscheinlich letzter. Ich bin wieder zweiter. Oh, ich bin doch nicht letzter. Oh, Mann, ey. Ja, es ist, ist halt's, ne? Ist halt so meh, irgendwie. Aber ich hätte gern mit dir zusammengespielt, weil man kann sich ja als Marines richtig schön einbunkern. Weißt du, zwei stehen da mit einem Scanner, Rücken an Rücken. Naja. Du bist eigentlich, oh, meiste Tötung, neuer Rekord. Bestes Feltens Tote, bla bla. Die verlassen, oder? Willst du nochmal? Ne, also Deathmatch muss ich mir nicht nochmal geben, um ehrlich zu sein. Ja, ich verlassen, wenn sie entfernt. Na gut. Verlassen. So. Ich würde sagen, so weit haben wir schon was gesehen. Oh, ich habe ein Dings freigeschaltet, einen neuen Punkt. Ich gucke auch gerade mal, ob ich irgendwas ausrüsten kann, so ein bisschen hier. Äh. So, da würde ich sagen, extra, wo ging das nochmal? Versus Ausrüstung bearbeiten Marine. Und dann nehmen wir mal die Maschinen. Ich habe nicht gegangen, ja, ich gucke gerade auch mal ein bisschen durch hier. Ähm, so. Okay, welchen Modus wollen wir jetzt ausprobieren? Ähm, wie du magst. Auf jeden Fall müssen wir nochmal in die Gruppe. Ja, ähm, davor muss ich aberst den Spielmodus aussuchen. Ja, dann mache ich kurz eine Pause, weil, ja. Ja, dann machen wir einfach die Folge beenden, sonst. Ähm, ja, wie lange machen wir denn jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Na gut. Wenn nicht, Leute, wenn es zu kurz ist, dann geht es einfach weiter bei mir, genau. Oder wir machen eine Folge draus, wie auch immer. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.